als liebe freund damit willkommen zurück zu einer weiteren folge die schlafen bei perdi er hat so viel gummibärchen saft gekämpft für die studie so wenn ich oder ich bin bereit und wir machen schatten auch jetzt klar macht die wir heute schon zum zehnten mal machen und mit gefilzten ein millionen schmier er braucht man sich wieder hier immer da ist immer dass die probleme sind ich habe ich habe fürst 8 kids ganz viele guck mal ich kann die überall hin droppen lassen ich gehe jetzt mit juli wieder hoch das hat gut geklappt gerade die juli er geht runter okay diesmals die selben wieder dahinten dass sie das was du da was soll ich machen die runde schlug mal das für euch und das anfangen das ist der Köln wo ja für euch wundervoll auf geht's denn die bis nach unten nicht hier hoch ich weiß hier runter hier oben ist gerade eben keiner also ich gehe rund und mann hier oder ich hätte jetzt das adkett nicht in der stoffe hallo knack mal bitte weil sie mich was man über der körper ansehen soll ich oben oder so gott da steht da steht eine was du machst du bist wieder steht eine steht eine ich gehe wieder unserem weg und gerade genau unter mir steht eine wir die pass auf wenn du reingehst da steht einer darf ich doch ich hab so viele von den dingern herumwerfen ja ich hab 40 stück soll ich oben die tür aufmachen oder so woher krieg ich schon die wer von oben kann ach so die brauchen wir jetzt noch nicht ganz die juli sollte drunter kommen was soll ich machen du wartest kurz oben ja okay weil der typ steht immer noch da er solltet ihn wegballern du könntest ihn von hinten wegballern ja das ist eine spure ich komme ich einfach durch die tür oben durch wenn du mein leben verlieren solltest ist immer irgendwo ist der hitgitter gib zu mir dick stopp warte 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 nicht machen nicht mal mein da kommt noch ein zweiter nicht machen nicht machen zurück 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 wir müssen es nach ganz oben bringen oh gott nötzchen mach keinen scheiß der steht da immer noch oh gott der kommt da raus ja heilig hat nochmal geld ok ok paddy einer steht nee warte warte stopp 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 paddy wo bist denn du ich bin immer nach oben ach du bist immer nach oben ich bin gerade wieder bei dem trappenhaus ok jetzt pass auf juli oh war das klapp ich hab die kamera neben einem zentimeter neben dem abgeschossen juli verkackt 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 wer war das wer ist das wer ist das hier petty nein petty wieso ich hab nichts gemacht ich war nicht mehr in der nähe davon wieso haben die uns überhaupt entdeckt heiko die haben dich entdeckt oder also ich hab die kamera kaputt gemacht das kann sein ja heiko das darfst du nicht machen ja heiko mann ja rennen oder was los sonst hätten die mich entdeckt ich hatte das zeug was muss ich muss hier ja wir haben nichts mehr mehr verkackt also umbringen oder was ja nee wir haben ihn in 30 Sekunden haben wir ja verloren ja 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 ich hör auf ne kratte zu dir ich bin nicht tot scheiße ey 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 weil du bist nicht mein dumm ich spiel pingpong ey kann man noch granatenwerfer oooooh der granaten granatenwerfer könnte ich mitnehmen mal ist überhaupt nicht laut wahrscheinlich leider gibt's nicht hier ins spiel hör mal mit dem mittelstieg BOOM was war das oh so das 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 die runde machen wir jetzt nicht also wir sind echt gut ich bin bereit ich bin jetzt noch oh Gott die beste fest es kann nicht sein dass ich als erstes fertig bin warte ich muss weiter runter gehen 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 warte ich muss einfach ewigkeiten warte ich hab's ja grad volles wurf auf internet warte ich hab's ja grad volles wurf auf internet äh neul der spiel 10 bei mir ist er bei 50 bei mir ist er bei 50 nein ich mein bei 10 entdeckungslevel ach so gut er wird alles weggeknallt haben mal kann ich eigentlich eine p90 mitnehmen vorteile lol p90 wurde das shit die sind wahrscheinlich laut wie sauer ne ich hab die Schei gedämpft warum haben wir keine vorteile gekauft ähh du bist ein vollidiot warte ich habe kannst den auftrag gleich wieder abbrechen ok wieso weil wir keine vorteile haben oder was ja oh ich töte uns denn die bomben hast du dich einfach den auftrag abgebot du voll hink jetzt bin ich nochmal von neuem ähh weil ich den ich jetzt von hier vorher ey nein ich will noch wächstes Leben ha zu Glück Anniere spottet. Such den Crime-Nit. Ich bin bereit. Alter, wenn wir jetzt noch... Ich bin bereit. Oh Gott. Warte auf Möpschen. 40%. 50%. Cool, ich hab'n Black Screen. Ja. Anubas fährt das Ewigkeit, ne? Meine recht lange, Juli. Ja, ich weiß. Heiko, hier Thermo-Pasta mit dem. Alter, was weiß ich, wie lange das ist. Alter, wenn wir jetzt wieder scheitern, dann bin ich mal kurz weg. Ich geh ins Bad und halte meinen Kopf in kaltes Wasser. Warum das? Ich bin mir müde. Achso. Dann nimm doch nen Energy, du hast doch da. Hier ist nix. Also, Paddy, jetzt pass auf. Ich wart' hier oben. Du wartest hier oben? Erstmal, ja. So, weil... Wir müssen jetzt noch auf die zwei warten. Guck mal, wo ich bin, Leute. Juckt mich nicht. Gut. Bist du tot? Ähm, juckt mich doch. Du hast dich vorbeigefahren. Wie bist du da reingekommen? Ich bin nicht wieder reingesprungen. Ich bin schon voll idiotisch. Warte, warte, warte. Ich kann dir sagen, ob deiner kommt. Du es auch kommt. Du es auch kommt. Da ist niemand. Du kannst du dich auch machen. Ich werd' nicht entdeckt. Was? Oh Gott. Paddy, hast du ne schallgedämpfte Waffe? Och, komm. Ja, komm, brech ab. Nein! Shutting this down! Make sure you where the driver will be. Was ist das denn jetzt? Ja, ich hab' ich... Ich hab' ich... Ich hab' ich... Ich hab' jemand hinter uns. Also. Mann, Juli! Heiko geht jetzt kurz ins Bad und macht sich kaltes was hin. Ja, ich hab' ich... In your face. Ohhhh. Ich bin bereit. Ich hab' den Anerty. Ja, das wird einfach so sehr schlimmer. Ich kann mal kurz pissen. Doch, dann müsstest du dich nicht wach. Ich hab' den Kill gemacht. Ja, das hab' ich ja probiert. Das ist T-Shirt passiert. Ich hab' nen Kill gemacht. What the fuck? Ach so, da. Ja, genau. Also. Jetzt passt auf. Der Plan. Ihr beide geht ja wieder unten lang. Ja. Der Plan. So. Und ihr sichert unten erstmal alles ab. Ja. Ja. Ja, genau. Und sobald ihr halt das okay gibt, machen wir oben weiter. Mhm. Weil oben gibt's ja auch ein paar Sachen. Mhm. Ja, jetzt hier Heiko. Äh, Julio und Patty. Patti. Wie hat er die Schockpissen? Ja, na so. Dann nehme ich den Shotgun mit, glaube ich. Auch da Shotgun oder genau. Ich bin nicht viel zu laut. Ich hab' die Schall gedämpft. Was? Ich hab' alle Schall, alle meine Waffen sind schallgedämpft. Duhl-Baretta, oder was sind das? Duhl-Baretta-Schall-G-Dämpft, du Scheiß. Oh, Paddy ist mein Mann, der hat eine G36. Hey, der ist besser ausgerüstet wie ihr. Und der ist 26, what the fuck? Was, Paddy? Hast du jetzt echt kaltes Wasser über deinen Kopf gedäht, oder? Ne, mein Gesicht geht keinem Wasser so besonders. Und mir was zu trinken geholt, was normal ist, ich hab noch nicht mal mehr Wasser. Was hast du jetzt? Wasser. Wasser? Was? Ich hab verstanden, du hättest nicht mehr Wasser. Ja, eben. Hey, was? Okay, das versteh ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Einfach okay sagen. Ja, jetzt Plan, wie war das? Also jetzt, pass auf, der Plan ist, dass ihr beide geht wieder unten lang. Da steht ja eine Bulle. Ja, den töte ich ja immer sofort. Den tötet ihr ja. Und sichert da unten alles ab, mit den Kameras und alles. So wie immer, ja. Keine Worte. Ja, so wie immer. Und dann machen wir oben weiter, weil oben ist ja kurz. Und da sind ja, glaub drei, drei oder vier, oder zwei oder drei, äh, solche, äh, solche Kästen, wo ja dann Danny hochkommen muss und die dann öffnen muss. Ja, ja. Die, die wir dann wegbringen. Ja. So, und dann sehen wir weiter. Herzen Sicherheit hab ich ja jetzt der P90, weil die geht schnell. Also, so kann ein Ding zunächst schiefgehen. Warum, warum hast du als, als primär Dull Barrettes und als sekundär eine P90? Hä? Verste ich nicht ganz. Guck, ich kann auch so machen. Und. What? Oder so. Oder so. Was ist das für eine Logik? Oder so und so. Doppelshotgun. Oder so. Was ist das, ein Sniper oder was? Mh. Warum, warum ist man da sofort der 75? Ja, weil die Sau, äh, groß ist. Aber so, das ist auch eine Schrotfilter. Als ob. Das ist eine Schrotfilter. 14. Ja, leg los. Ja, warte. Out out. Was, 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 was. Ich brauch gar keine Waffen mitnehmen. Eigentlich ja schon. Außer eine Pistole und das war's. Ja. Unsere Hunde, äh, Handwaffe, weißt du. Weißt du. Weißt du, Penny? Oh. Buh. Alter, was? Alter! Ist dir eigentlich ab? Ich bin gerade gekotzt, oder? Nee. Ja, 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 ja. Äh. Was ist das? Kann man... Kann man seine Primäre eigentlich auch irgendwie weglassen oder muss man die dabei haben? Oh nein, bitte nicht die Lache. Oh nein, jetzt stirbt der schon wieder. Ja, ja. Oh, qualvoll! Lass mal Anfall oder was da los. Alter. Geht's los? Bäh dich noch aufm... Bäh dich doch noch pissen. Warte, bitte. Ach so! Ich geh mit dem 50 Millimeter Kalibar in seinen scheiß Kopf rein und er stirbt nicht. Was hab ich denn? 50 Millimeter? Mhm. Alter. Hä? Was zogst du denn? Warte? Battlefield, 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 jetzt komm, wir müssen sehen, dass die mal zogt nämlich nichts. Wie so? Ach jo. Ja, Paddy. Ja, Paddy. Baw, erzweb da, da. Oh, scheiße, er hat vor mir, er hat vor mir aufgereift gedrückt. Jof, niemanden, dass du wieder da bist. Oha. Paddy, da für die 36er auf bin ich echt stolz. Ja, wieso, wieso, warum bist du da, warum bist du schuld drauf? Rottgeil. Es juckt einfach niemanden, dass die juckt. Ich weiß, jetzt hab ich die Thermopaste. Ich hab nur Thermopaste. Ey, warum hast du die überhaupt genommen? Mapsjaaaannn. Ich dachte, da wären Granaten drin. Wir gehen unten an. Schau mal. Ja, ich brauch aber erst mal meine Brechstänger, ne? Ja, okay. Oh, Mapsja, ja. Ich geh schon mal vor, es führte alles. Oh, Paddy, ich... Wo hast du denn allein? Ja, 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 ja. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Warte, jetzt sichert ihr unten... Alter, ich kann den One hinten. Kann ich doch nicht, oder? Doch, kann ich. Okay, ich passe hier oben jetzt auf. Ich halte einfach instan unsere verkackte Tür, Alter. We're all just savages. We're all just savages. Ja. So, fine. Da ist auch einer. Ja, die können wir nicht zerstören. Auch können wir, aber... Ja, ey. Warte, du kannst dich nicht weit werfen. Das geht schon, warte. Wann sie sich nicht. What the fuck? Wann sie sich nicht? Der Realismus im Battlefield. Er hat den Vordergriff, aber man hält den Vordergriff nicht fest. Komm, komm, komm. Ja, zurück. Julius, schaffst du? Ich schau, dass da bei den nichts kommt. Ist noch nichts, ist noch nichts. Nein! Ja, genau! Ich bin auf dem Deckel gestanden, während er ihn aufgemacht hat. Wundervoll, Julius. Jetzt bleibst du da oben. Ja. Jetzt knacke ich hier das Schluss, weil da ist immer ne Tasche Koks. Sag dir gleich, Julius, wenn du den machen solltest. Hier. Ich schau mal. Woher? Da? Da steht gerade eben keiner. Soll ich da? Wo ich gerade eben bin, hier unten. Okay. Ich fasse aber bloß auf. Dann hier hoch. Ne, hier ist keiner. Stimmt. 6,5. Geh wieder hoch. Ja, bald. Mexikan. Wherever it's from. Oh mein Gott. Rück, komm. Aber einer kommt, einer kommt. Rück, zurück, zurück. Oh Gott. Was? Ist bei dir jemand. Ne, 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 ne. Ich dachte gerade immer. Und wir all just savages. In die Tappe. Ach ja, Jonas. Du musst ja immer neue, neue, neue Musik-Link schicken und so. Die will, die du mir da mal geschickt hab, die wird langsam... Ja. Ich kann einfach meine... Wieso kann ich keinen Server klauen? Leck mich. Ja. Achtung, Achtung. Da kommt einer! Nein, schön. Danni. 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 Wir können den Tresor aufmachen. Das ist die Auffache, Patty muss zu mir kommen, dann. Ich führe dann Patty. Hoi sh, man! Ich hab noch ne Schüsselkarte, ich hab auch keinen Leichensack mehr. Ja, ich komm. Erg mich nicht! Oh, leck mich am A**! alter...? Können wir nachher auch noch spielen. Da kommt einer! Ja, können wir auch. Was? Oh Gott, das ist scheiße. Warum drei Schleskarten? warum hat es auch gut da können wir auch mal hier die sache noch öffnen ich komme nicht auf gleich braucht meine kleinen maps was wird für drei wir haben wir haben einen ich komme runter ich komme runter hat sich runter und klar ist ihnen dahin einfach nur juli ja er passt wenn die kommt zu dir er kommt zu dir muss sein ja ja passt der leicht sagt mir leck mich doch das werden wir auch einen leichensack ja da kommt ein politist hoch ein böser mann ganz böse mann ich balle den mann wieder runter das ist ein ganz normaler ja gut ich hab auch noch zwei leichensäcke der kommt hoch ich kann jetzt nicht so viel sichern mein gott danny du hast keine leichensäcke mehr du hast heiko 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 action 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 wir brauchen einen leichensack pedicum runter ist alles frei denn hier der zivilist und dann den hier oben noch okay er macht aber ein leichensack ja ganz ruhig welchen? juli komm runter zu dir wo liegt er da hinten? ganz ruhig ganz ruhig wir sind jetzt alle ganz ruhig da bin auch was wo wie runter in die kanalala die kanalala die kanalala die situation ja warte 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 du ich brauchst dir die schlüsselkarte von dir los komm ja ich kann dir die nicht geben komm feier komm mit ach so hier du machst die und deinem was du da hättest das ist da recht recht perfekt 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 da bleib ich auch noch mal ja also schon wieder drin oh 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 geil was ist das wie kann alles wegnehmen alles wegnehmen alles wegnehmen alles ist aber nicht mehr und dann ziehen wir uns zurück aber ne wenn die den offenen Safe sehen ich glaub das ist scheiße ich weiß es nicht kann sein aber juli bringst du schon mal alles zurück schnell dass wir was safe haben ja ich bring grad perfekt schmeißt doch die schmeißt doch die rüsten schmeißt nicht das da rein sondern ich trag das alles wieder außen rum ja ja keine ahnung wir können grad nicht ich trag das einen stock weg nach oben ja ich komm mit da ist einer warst du ein zivilist oder böse böse vakina böse lassen lassen paddy nein wir haben schon so viele getötet oh nein oh nein oh nein oh nein das war's nein doch der typ in dem raum drin hat Alarm ausgelöst okay jetzt schnappt jeder sich eine Tasche ich hab schon eine Tasche ich hab schon eine Tasche ich hab schon eine Tasche jetzt packen wir nicht mehr ne Quatsch vergisst das 30 Sekunden von da drüben aber das war schon mal richtig gut bis auf das noch mal so wow durch plan